Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Morrel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Let's Play Software Inc. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle und es hat sich ein bisschen was verändert, ihr seht es vielleicht auch schon. Hier steht jetzt Entwicklung, Personalverwaltung, Finanzen und Markt und alles ist in Deutsch. Und ich bedanke mich nochmal vielmals für den Tipp, den ich dafür bekommen habe, dass es das jetzt auch in einer deutschen Übersetzung gibt. Und ja, ich freue mich ein bisschen darüber, weil ihr wisst ja oder habt es ja mitbekommen, mein Englisch ist jetzt glaube ich nicht gerade das Beste. Und so können wir aber jetzt alles ganz ohne Probleme lesen. Mich würde mal interessieren, ob selbst die Zeitungsberichte auf Deutsch sind. Top, naja gut, nee, da noch nicht ganz, aber ich denke mal, das wird sich vielleicht dann auch noch im Laufe der Zeit einfinden, dass dann auch die Übersetzung der Zeitung dementsprechend sein wird. Aber es ist ja so schon mal eine ganz coole Sache, dass man wirklich hier jetzt alles in Deutsch auch lesen und bearbeiten kann und wie auch immer. So, wir spielen das mal vor zum nächsten Tag. Wir sind ja gerade mitten dabei, die Moral Engine 3 zu entwickeln und werden, denke ich, dann über kurz oder lang, dann ja ein kleines extra Spielentwickler-Team einstellen müssen. Dazu, ja, könnten wir eigentlich jetzt schon mal, ganz nebenbei schon mal gucken, dass wir da die entsprechenden Leute mit dran bekommen. Wir gehen mal auf Mitarbeiter einstellen. Und natürlich, ja, Maximum, das soll ja erstmal so sein, nehmen wir gleich direkt erstmal ein für die Führung. Das wäre vielleicht ganz praktisch. So, was haben wir denn hier alles? 34, das ist doch ein gutes Alter, glaube ich. Der kann sogar ein bisschen designen und so weiter und so fort. Passt mit unserem Team jetzt nicht ganz so gut zusammen. Der ist kooky und naiv. Wir suchen mal jemanden mit vielleicht guten Werten. Ich überlege, was ich immer sonst genommen hatte früher. Wo haben wir das denn? Dramatik, Misandroph, um Gottes Willen. Misandroph, bloß nicht. Flirt, naiv ist es auch nicht. Dramatik, Optimistik. Ich glaube, Optimistik hatte ich auch immer. Und Optimistik und Flirt, kann das sein? Finden wir hier jemanden, der optimistisch und flirt ist? Oder hatte ich Goofy, obwohl das geht eigentlich auch. Generous, also großzügig, optimistisch und großzügig. Oder ich hatte Optimistik und Extrovert hier, das kann auch sein. Das bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich würde auf jeden Fall mal versuchen, so jemanden zu finden, weil damit hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, bevor ich leider jetzt hier für unser Let's Play den Morgel falsch ausgestattet hatte und da einfach die Voreinstellung übernommen hatte. Aber das müssen wir ja beim Extra-Team, beim neuen Team, müssen wir das ja nicht in der Form so beibehalten. Sagen wir, finden wir jetzt hier mal so einen? Eigentlich nicht, wa? Ähm, hm. Na, ein paar gucke ich noch. Ähm, weil es wäre natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass die, äh, dass der neue, der Teamleiter sozusagen auch für das neue Team, ähm, gute Voraussetzungen mitbringt, dass die dann dementsprechend auch, ähm, zueinander, ähm, kompatibel sind. Und optimistisch und Cookie. Ähm, das könnten wir eigentlich auch nehmen. Wobei ich immer noch nie weiß, was Cookie heißt. Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob es wirklich kokett ist. Ich denke es nur mal. Aber wenn es kokett ist, wieso dann nochmal kokett und flirt extra? Ähm, so. So, was war hier? Stubborn. Was ist denn Stubborn? Und Extrovert. Extrovert. Okay. Also es ist auf jeden Fall noch Englisch. Ähm, das ist noch nicht eingedeutscht. Aber was ist denn Stubborn? Ähm, na, egal. Keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, wir finden nicht so einen, wie ich ja, äh, mir hofft habe, ähm, zu finden. Schade eigentlich. Aber es sind, glaube ich, auch genug andere, ähm, gut dabei. Und ich glaube, ich gucke gleich nochmal nach oben, äh, bei den, ja, die ganz oben jetzt mit dabei waren. Vielleicht nehmen wir doch hier ein Cookie naiv. Ähm, naiv finde ich jetzt nicht unbedingt so gut für eine Führungsposition. Snob und mean, ähm, was auch immer mean ist. Snob, ja, ne, muss es auch nicht sein. Ähm, flirt und short tempered. Ähm, wenig tempered, äh, kurz angebunden sozusagen. Ne, wie nennt man nur das? Er flippt schnell aus. Ähm, erhitzt. Ja, also sowas in der Art. Also, schnell am Überhitzen. Ähm, kommt gerade nicht auf das Wort. Schade eigentlich. Ähm, was haben wir denn sonst noch hier? Flirt, pessimistik, äh, Cookie naiv. Optimistik. Hier hatten wir doch irgendwo ein Optimistik. Optimistik und großzügig. Den passt jetzt nicht unbedingt für eine Führungskraft, äh, äh, glaube ich, das großzügig. Ja, schon wieder Stubborn. Aber irgendwas mit optimistisch hätte ich gern. Denn, ich mag Optimismus. Hm. Ähm, bin zwar persönlich eher der Realist, aber ich finde Optimisten ganz gut. Hä, 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 hä. So. Ähm, warum haben wir es denn? Nuance. Na, dann nehmen wir hier, ach, ich bin hier schon wieder nur am Quatschen. Wir nehmen jetzt hier einfach den nächstbesten, der mir, ähm, auffällt. Äh, ich hab's auch gleich, Leute, versprochen. War ich nicht optimistisch? Dramatisch und optimistisch. Ja, da geht der Optimismus in einer Dramatik los. Christen Arwart, ähm, die nehmen wir. Mal schauen, wie sie kompatibel zu anderen ist. Not was können wir die auch wieder, ähm, feiern. Das ist aber ja kein Problem sein. Teams verwalten, ähm, neues Team. Und zwar, ähm, ja, Spiele-Team. Sowas in der Art zumindest, würde ich jetzt sagen. Und, ähm, ähm, das Team kommt jetzt mal raus. Jetzt Kirsten rein oder Christen oder wie sie hieß. Christen Arwart. Okay, ähm, Team ändern. Und Spiele-Team. Jawoll. So, da hätten wir sie dort drin. Und dann können wir natürlich noch, ähm, jetzt ganz gezielt für das Spiele-Team weitere Leute einstellen. Da brauchen wir zum Beispiel Programmierer im Schwerpunkt, vielleicht System. 2D ist eh bald überaltet, ähm, denke ich mal. Also spätestens vier Jahre, 1990. Dann ist 2D, glaube ich, aller spätestens, ähm, veraltet. So, jetzt gucken wir mal. Core, 43 Prozent, ähm, Kompatibilität hier schon ein bisschen mehr. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ähm, auch 62 Prozent, 31, 75 Prozent, ähm, nochmal 75, 36. Na, so richtig kompatibel scheint sie ja auch nicht zu sein, die Christen. Ähm, ähm, 81 Prozent. Na, notfalls nehmen wir jetzt jemand, der nicht ganz so 100-prozentig kompatibel ist. Naiv und flirt, okay. Na, dann holen wir dich erst mal. Okay. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Designer. Deswegen ja noch einmal. Und, ähm, ja, ein Designer. Und der sollte natürlich, wenn es geht, auch noch kompatibel sein. Aber ich hoffe ja, wie gesagt, durch das, äh, neue Team, dass wir dort jetzt, ähm, leichter mal fündig werden. Ja, jetzt haben wir doch schon 103 Prozent. Das ist doch schon mal sehr gut. Seine Skills sind auch so halbwegs in Ordnung. Und, ähm, müssen wir sicherlich dann noch, ähm, ein wenig, ähm, skillen. Also zur Weiterbildung schicken und so weiter und so fort. Hier haben wir auch nochmal einen Designer, 102 Prozent. Den kommt, den nehmen wir auch gleich mit, wenn wir jetzt einmal dabei sind. Und, was haben wir sonst noch? Ähm, einen Künstler brauchen wir noch. Und ich werde die heutige Folge mal ein bisschen länger machen. Denn sie kommt auch ein bisschen verspätet raus. Sorry, ähm, ich bin heute leider erst dazu gekommen, die heute aufzunehmen. Heute, wo sie auch rauskommt sozusagen. Sondern ich war, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll oder will. Auf jeden Fall war ich die letzten zwei Tage im Krankenhaus. Ähm, ja. Und habe mich heute freiwillig entlassen. So, und deswegen kann es auch sein, dass bei dem einen oder anderen, ähm, Let's Play, das vielleicht gerade mal ein bisschen hinterher hängt. Wie zum Beispiel jetzt hier. Und das wird sich aber jetzt wieder einstellen, denke ich mal. Also es müsste jetzt alles soweit in Ordnung sein. So, nehmen wir hier noch den Artist. Der hat richtig gute Werte sogar. Ähm, ist das noch derselbe? Nein, ist ein anderer. Okay. Gut, da hätten wir unser neues Team zusammengestellt. Und, ähm, dann ab dafür. Und dann geht es hier mit der Moral Engine schon gut voran. Die brauchen wir natürlich dann gleich, wenn dann unser neues Team mit dabei ist. Was dann sich speziell um die Spiele kümmern soll. Was wir schon mal machen können, natürlich in Vorbereitung für das Team, ähm, dass wir schon mal die Raumzuweisung vornehmen. Dass wir jetzt hier zum Beispiel schon mal sagen, okay, ähm, Team wechseln und du bist Spielteam. Und dann du natürlich hier auch noch. Die Toiletten werden wir dann auch noch zuweisen. Ähm, Spielteam und hier, glaube ich, nein, das war ein Gegenstand. Wo haben wir denn den Raum? Ähm, auch nicht jetzt. Switchteam und Spielteam. Ähm, und, na, hier auch noch. Ähm, ja, nein, schon mehr nicht. Mensch. Jetzt aber. Ähm, es will nicht. Aber jetzt, okay, Switchteam und Spielteam. Hätten wir. Und das war aber schon Spielteam, glaube ich. Dann machen wir mal Vorsicht selber nochmal. So, da hätten wir das. Ähm, und dann können wir natürlich jetzt hier großartige Qualität haben wir schon. Network wird noch gebraucht. Das kriegen wir aber gleich hin. Das müsste sich dann anpassen. Die haben aber gleich Feierabend, glaube ich. Und, naja, gut, dann machen wir das halt am morgigen Tag weiter. Da ist unser Spielteam zwar schon da, auf Arbeit, aber das könnten wir ja trotzdem schon mal ein bisschen entwickeln lassen. Das soll uns ja nicht stören, wenn die dort oben fröhlich vor sich hin werkeln. Und, ähm, also, erstmal wieder reinfinden hier wegen der Tastaturbelegung. Ist das jetzt schon wieder rückläufig? Ta, nee. Nee, ist noch nicht rückläufig. Sah gerade so kurzzeitig so aus, als wenn ein Network wieder zurückging. Hätte mich aber auch gewundert, ehrlich gesagt. Ähm, so, entwickeln. Da sind wir jetzt in der Alpha-Phase und, ähm, es geht auch relativ gut ab hier. Audio wird, äh, fast mit als erstes, ähm, fertig sein. Genauso wie 2D. Aber wir haben ja unsere Mitarbeit auch gut geschult, glaube ich, in den letzten Folgen. Ähm, Quatsch. Nicht jetzt nochmal neu einstellen, sondern erstmal hier gucken. Und, ach na, eben, wir haben ja jetzt... Hm. Was macht der denn für Gymnastik? Oder die? Hä, 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 hä. Ist das... Hä, 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 hä. Habe ich ja noch nie gesehen. Hä, 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 hä. Na, das muss so sein. Das sieht ja auch gar nicht merkwürdig aus. Hm, hä, hä, hä. Naja, okay. So, unser Spiele-Team. Ähm, lässt es sich oben hier gut gehen. Die, äh, faulenzen hier gerade fröhlich vor sich hin. Aber ich glaube, wir müssen sowieso erst noch, ähm, bevor das hier wirklich auch abgehen kann, dementsprechend, ähm, müssen wir sowieso erst noch den Teamleiter, das müsste der hier sein, oder sie, Christen Abbott, ähm, müssten wir sie noch auf Weiterbildung schicken. Und zwar, ähm, ausbilden. Und dann brauchst du nämlich hier, glaube ich, Projektverwaltung und, na, Personalverwaltung vielleicht nicht unbedingt, aber Projektverwaltung auf jeden Fall. Projektverwaltung erlaubt dem Teamleiter automatisch, neue Produkte zu entwickeln und die Aufträge an seine Abteilung weiterzugeben. Genau das müssen wir mit dir erstmal machen. Und während du dann drei Monate dort auf Weiterbildung schickst, bist, dann denke ich mal, können wir die anderen dann vielleicht auch noch ein bisschen ausbilden gleichzeitig. Da haben wir hier, ähm, einen Designer, noch ein Designer, okay, ähm, wo ist denn unser, ja, dich werden wir auf jeden Fall noch ausbilden, und zwar, ja, vielleicht trotzdem erstmal in 2D, weil noch ist 2D aktuell, hm, kommt, und zwar programmieren, 2D und machen wir gleich drei Monate, wie sieht's aus? Ja, kommt, machen wir gleich drei Monate, Ausbildung beginnen, und dann haben wir hier die Christen nochmal, die brauchen wir nicht, hier können wir nochmal ausbilden, du machst vielleicht Design im Networking, und, äh, so, und dann auch drei Monate ausbilden, und dann hier noch, ähm, ausbilden, und bei dir könnte man vielleicht auch auf 2D erst nochmal gehen, das wäre vielleicht auch nicht das verkehrteste, also Ausbildung beginnen, ab geht's dafür, und, ja, so, hätten wir, dann ist jetzt hier fast das Spielchen, äh, Quatsch, die Engine schon soweit fertig, da können wir dann, wirklich, damit dann auch schöne Spiele hoffentlich entwickeln, also macht zumindest erstmal, ist ja, glaube ich, die neuste ihrer Art auf den Markt, so, promoten noch, und, ähm, Bugs raus, und dann auf Release, ich weiß gar nicht mehr, haben wir die Engine nur für uns zugänglich gemacht, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, ja, wir machen mal vorsichtshalber trotzdem Marketing, notfalls nehmen wir sie wieder weg vom Marketing, ähm, so, und zuweisen ans Marketing Team natürlich, und dann müsste es so weit passen, so, jetzt gucken wir gleich erstmal nach, ähm, Releases, und zwar, ähm, warum was, Spiele Engine, genau, und dann hier, ist eine große, Spiele Engine, wir hatten mal, unsere letzte war noch eine kleine, okay, Beliebtheit ist aktuell noch schlecht, aber das kann sich ja noch verändern, sie ist am Markt, und, ähm, hat wohl auch schon einen Käufer gefunden, wenn ich das hier richtig sehe, mit der Lizenz, oder ist das der Lizenzpreis, das kann natürlich auch sein, ähm, dass es der ganz normale Lizenzpreis ist, und sie ist in-house, also sie kann auch keinen Käufer gefunden haben, wir haben es in-house programmiert, na gut, dann, werden wir sie halt vorwiegend selber benutzen, ähm, das soll aber natürlich gar kein Problem sein, und die anderen Spieleentwickler müssen natürlich dann aber sich erstmal selber in der Engine zusammenbasteln, und so weiter und so fort, und von daher, ja, ich glaube, wir sind sowieso schon sehr gut aufgestellt, elf Millionen haben wir auf dem Konto, und, ähm, ja, auch, ansonsten, was unsere, ähm, aktuelle Aufstellung angeht, Moral Win 3 ist auf dem Markt, ähm, Moral Draw ist auf dem Markt, ähm, auch die dritte Version, ja, das werden wir schon mal beenden, weil wir fahren ja schon Minus ein, ähm, Moral Audio fährt auch schon Minus ein, werden wir auch schon runternehmen, die Firewall ist noch mit dabei, mit 260.000, das ist ganz schön viel, und, äh, was können wir denn jetzt als nächstes entwickeln? Wir haben doch bestimmt hier noch mehr Möglichkeiten. Spielengine haben wir entwickelt, das ist eigentlich auch alles schon mit dabei, ähm, wir könnten jetzt natürlich mit unserem jetzigen Team schon mal anfangen, ein Spiel vielleicht auf den Markt zu hauen, und, ähm, wir gehen mal hier von den bisher entwickelten Sachen aus, und, oder Dingen aus, es wird jetzt wahrscheinlich ein großes Spiel werden, denke ich mal, wir könnten jetzt natürlich unseren Hit, zu unserem Kassenschlager Maulkräft noch mal, ähm, neu entwickeln, oder wir machen was gänzlich Neues, ich glaube Maulkräft ist wirklich, ja, der Verkaufsschlager schlechthin gewesen, gibt's auch Minusprodukte, ja, wir haben auch Produkte, die die Minus gemacht haben, aber, aufgekaufte Produkte, die könnten wir natürlich noch mal neu und schöner entwickeln, Gun Gangs 2017, was für ein scheiß Name auch, Fisch Tricks in Heaven 4, das ist ja auch nicht so berauschend, ich glaube wir machen ein neues Spiel, ähm, so, wir haben ein Spiel ausgewählt, original gibt's keins, als Surfer wirst du fungieren, Spiele Engine wählen wir natürlich auch, ähm, eine aus, und zwar natürlich unsere eigene, Gibt's eigentlich noch andere große Spiel Engines, das will ich auch mal sehen, nein, unsere ist die einzige große Spiel Engine, wunderbar, ähm, ein optisches Tool haben wir auch, ähm, okay, da haben wir nur ein kleines, ähm, gut, da muss ich jetzt direkt nach uns suchen, Moral Door 3, und Audio Tool nehmen wir auch eins, ähm, natürlich auch unser eigenes, das Moral Audio 3, so, da hätten wir das schon, was ist denn hier los, hm, irgendwie Stau kann das sein, hm, naja, äh, Moral Audio haben wir dort gewählt, und, äh, Betriebssysteme, ganz klar, Moral Win 3 geht auch glaube ich nur das eine, weil unsere Engine ist auch nur für unser eigenes Betriebssystem geschrieben worden, ansonsten nehmen wir natürlich hier 2D Grafik mit rein, das ist ganz klar, KI kommt mit rein, Joystick Unterstützung, und Qualitätssicherung natürlich auch, und da haben wir Innovationsgrad, naja, immer noch niedrig, bestmögliche Qualität, äh, mittelmäßig, aber was soll's, also es wird eins der modernsten Spiele sein, ich verstehe das mit dem Innovationsgrad noch nicht so richtig, weil unser Betriebssystem ist das Neueste, das Beste auf dem Markt, die Moral Engine 3 ist die Neueste und die Beste auf dem Markt, ähm, warum ist das, ähm, ja, vom Innovationsgrad so niedrig dann, das wüsste ich noch gerne, so, jetzt muss ich noch mal kurz schauen, was wir für Spiele bereits entwickelt hatten, äh, Original, ähm, ja, Monkey Continent, Piraten auf See, Wild, Wild West, okay, ähm, dann nehmen wir jetzt, ähm, was gibt's denn da noch, Bunken Tycoon vielleicht mal, ähm, Mad Wurst Tycoon, ja, Mad Wurst Tycoon wird der neue Hammer, der neue Hit, ähm, wir gehen auf Entwickeln und los geht's dafür, Künstler bin natürlich 13%, okay, aber es müsste alles soweit richtig eingestellt sein, so, bei Mad Wurst Tycoon ist ganz klar, da wird die Mad Wurst live, ähm, geschlachtet, also das Schwein, und dann verarbeitet, und dann durch den Häcksler gedreht, und dann auf den Verkaufsstand geworfen, ähm, um Gottes Willen, ja, also wird ein sehr beliebtes Spiel werden, wieso fahren denn die nicht los, die mögen ja die Arbeit, kann das sein, so, das scheint ein kleiner Bug zu sein, ähm, aber gut, ich bin gespannt, wie sich Mad Wurst Tycoon entwickeln wird, und, ja, ich glaube, fünf Minuten machen wir noch, ähm, da sehen wir das vielleicht noch, ähm, ob Mad Wurst Tycoon der Hit wird, oder nicht, äh, die Entwicklung geht erstmal gut voran, 2D und General ist alles mit dabei, ähm, hier oben dürfte jetzt keiner mehr auf Arbeit sein, genau, die haben wir alle auf Weiterbildung geschickt, und, hier unten, die werkelt fröhlich vor sich hin, ich weiß gar nicht, ob die alleine ausreicht, ähm, wir haben eine neue Review, okay, die Unternehmen, Moral Engine 3 ist Masterpiece, jawohl, Moral Engine 3 ist taken, äh, is taking gaming to new highs, it's, äh, das Moral Engine Justice, okay, also stellt, ähm, unsere alte Moral Engine, in den Schatten, und, ja, wir sind gut mit dabei, wird allerdings nicht verkauft, deswegen weiß ich auch nicht, was das hier in der Software Zeitung zu suchen hat, im Endeffekt, aber, mein Gott, wir sind halt so, wir haben halt so eine gute Engine, die berichten auch darüber, so, jetzt haben wir das soweit fertig, gehen wir auf Entwickeln, und dann Alpha Phase natürlich, okay, erst am nächsten Tag, so, und dann müssten ja aber langsam oder bald auch die oben wieder mit dabei sein, reichen denn die Parkplätze noch aus, mhm, sieht noch gut aus, kommen noch zwei zu Fuß an, okay, wir müssten vielleicht aber trotzdem über kurz oder lang, das werden wir mal noch gleich machen, erst mal wieder hier zurechtfinden, ähm, noch jemand anstellen, der sich um unsere, ja, ja, Surfer und so weiter kümmert, also einen Hausmeister müssen wir anstellen, das, ähm, den können wir aber auch ein bisschen später kommen lassen, das wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt, ähm, von 12 bis 16 Uhr, denke ich mal, sollte passen, und, ähm, eine Putzkraft könnten wir eigentlich auch noch holen, oder? Gott, wir haben so viel Kohle, ähm, warum nicht, und unsere Mitarbeiter, also wir haben ja auch immer mehr Mitarbeiter, und so weiter und so fort, und von daher denke ich mal, das sollte passen, so, Madwurst Tycoon ist fertig entwickelt, und es wird in die Entwicklung gleich, äh, Quatsch, in die Entwicklung, ins Marketing geschickt, ich überlege, ob ich das jetzt hier im Vorfeld schon mal kurz, äh, per Marketing mache, obwohl, denn jetzt ist es eigentlich sinnlos, komm, wir gehen gleich auf Release, ähm, so, starte Marketing Kampagne, und zuweisen Marketing, aber ich glaube, das war gerade falsch, dass ich das vorher im Vorfeld schon, äh, gemacht habe, naja, egal, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, das schauen wir uns noch, äh, gemeinsam mit an, und dann, naja, immerhin 276.000, aber ich glaube, das könnte an dem Fehler gelegen haben, den ich gemacht habe, dass ich das im Vorfeld, ähm, ins Marketing gehen wollte, naja, egal, soll uns jetzt nicht so sehr stören, weil, wie gesagt, wir verdienen ja massig Geld, und, ähm, müssen eigentlich mal wieder gucken, wie es mit unserer Konkurrenz so aussieht, ähm, hier lesen wir aber erstmal kurz in der Zeitung, mit, wo ist Tycoon, ähm, mag einen Blick wert sein, übersetze ich jetzt hier einfach mal, hm, okay, naja, besser als nix, ne, ähm, aber es ist in Ordnung, 276.000, und ich glaube, was hat es uns gekostet in der Entwicklung, ich glaube, so gut wie gar nix, ähm, wo sehen wir den Browser Games, ne, Browser Games noch nicht, die werden wir auch noch erstellen, es gibt sogar Multiplayer-Spiele, und so weiter und so fort, ähm, Online-Spiele, massiv, äh, MMOs meine ich jetzt, ähm, auch sowas gibt's, äh, so, da hat man noch, wir haben noch viel Potenzial, was wir hier noch machen können, so, jetzt wollte ich gerade aber noch Mad Wars Tycoon gucken, äh, das müsstest du hier sein, oder? Ja, Mad Wars Tycoon, was hast du denn in der Entwicklung gekostet? Verlust 64.000, hm, haben wir, glaube ich, schon wieder locker rein, mit den 276.000, ähm, das heißt, wir müssten 211.000 Profit haben, genau, also, selbst im ersten Monat schon, ähm, ja, nur Gewinn gemacht hier, und wie es weiter geht, ähm, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge, Leute, ähm, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, sorry nochmal dafür, dass die Folge ein bisschen später rausgekommen ist, hab's leider nicht zeitiger geschafft, und dann, wie gesagt, bis morgen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.